Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 In zehn Minuten Ich habe etwas herausgefunden Niemand weiß es Und wer es weiß, schweigt darüber Aus Verleger-Sicht ist Kaminski ein ungehobener Schatz Es gibt keine aktuelle Biografie Kaminski war gar nicht blind Zumindest nicht damals, als er damit berühmt wurde Alles Lüge Diese Biografie wird ein Riesenerfolg Da rollt ein Kaminski-Zunami auf uns zu Er muss natürlich noch sterben Haben Sie denn Kaminskis Einverständnis? Kein Problem Wie kommst du Kaminski? Ich bin kein Tourist Ich bin sein Biograf Sie sind mein Biograf Vor allem werden Sie mit mir arbeiten Mein Vater braucht Ruhe Davon wird er wohl bald genug haben Natürlich ist Ihr Vater die Quelle schlechthin Ich bin die Quelle schlechthin Ich bin die Quelle schlechthin Wie kommen Sie voran? Großartig Jeder sagt was anderes Alle widersprechen sich Nichts passt zusammen Sebastian Zöllner Allein mit dem größten Maler der Welt Einen der größten Einen großen Ich und Kaminski Es ist seltsam, Sie in meinem Leben zu wissen Seltsam und nicht angenehm Wow Die Blinde-Serie Sie sind berühmt Berühmt sein heißt jemanden wie mich zu haben Können wir über Therese Lessing sprechen? Sie lebt Wir fahren hin Das ist doch nicht Ihr Ernst Warum nicht? Das ist Manuel Kaminski Er lebt doch nicht mehr Wenn ich mich nicht mal setzen kann, dann stimmt das Zoller! Willkommen Ich hab das Gefühl, die Stadt in meiner Vergangenheit sind wie in Ihrer gerade Du hast gesagt, dass ich noch eine Chance hätte Wie meinst du denn das? Frag ihn Er ist der erste Mensch, den ich kenne, der dich scheinbar mag Mir ist alles egal Ich will nur nicht, dass er stoppt Das wollen Sie erreichen In Ihrem Leben Ja, ja, Kaminski So müsste man malen können Wenn ich mich nicht vergleichen... Untertitelung des ZDF, 2020